So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und wir haben ein kleines Problem. Die letzte Aufnahme ist kaputt gegangen, weil sie beim PC einfach mal meinte, Windows Update musste einfach mal den PC runterfahren, um mich vorzuwahren. Und ja, somit ist die letzte MP4-Urteil natürlich hinfällig, unvollständig, kaputt, mit anderen Worten. Und was in der letzten Folge passiert ist, kann ich kurz erklären. Wir waren mit Michael ja bei diesem Typen da, der hat uns eine Drohung gegeben und wir haben ein paar Aliens abgeschlachtet mit einer Minigun. Und unser Boot wurde, äh, Jimmy wollte unser Boot verticken und das wurde dann im Endeffekt geklaut und wir mussten Jimmy von dem Boot retten und dabei hat uns, ähm, der gute, wie heißt der denn, Franklin dann geholfen. Ich bin schon ein bisschen durch heute. Und, ähm, ja, im Endeffekt sind Franklin, Michael und Jimmy jetzt ganz gute Freunde geworden und wir sind gerade dabei, Jimmy zurück nach Hause zu fahren mit Franklin. Man, man, man. Okay. Okay. Yo, so, like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or, or we could just, like, choppy, you know? Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number shit I needed, man, but, um... Hey, you know what, man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Neue Kontakt, Michael. Vater und Sohn. Schneller fangen, nicht ein Kratzer. Okay. Franklins Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Hm. Okay, warte. Jo, F, habe dich bei Live in Wälder eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit. Dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Jizzle. Mal anrufen. Geht natürlich nicht dran. Ne, doch. Was up, Bro, you good? Yeah, um, Trill. Trill, homie. How's your day? Yeah, um, fine, I guess. I mean, he should be, right? He got you to help him out with stuff. I mean, I don't really see what he's adding in this partnership. Hey, look, bro. Man, I don't want to say too much on his phone, but things ain't good where I'm from, man. You know, ain't no glamour like you thinking. And, uh, man, I'm sick of putting myself out, man, and not getting paid, homie. Now, your dad, he seemed like a dude who put himself out, man, and got something to show for it. So I'm hoping some of that shine rub off on me, man. You feel me? Did you just say the streets are tough, and it's tough if you're, like, a good man in a bad world? Well, I share your pain, homie. For real, homie's for life. Yeah, man, I gotta go. So. Ach, guck mal, da unten bin ja ich. Haha. Äh, so. Ähm, wir können jetzt bei Michael oder bei Franklin was gucken. Eigentlich, ich würde gerne noch mal eine Michael-Mission machen, weil die sind cool. Oh. Bitte, bitte, bitte was? Bitte, 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 bitte was? Hä? Was? 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 Haben die jetzt da oben wirklich rausgeflogen? What the fuck? Alter, ich wundere mich noch. Fahr, fahr, fahr. Man, we gotta watch out for the mailman, dawg. Yeah. I'm a cuckold, a snob and a fucking cliche. Oh. 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 Nee, ist er nicht. Das Bild ist hier nur ein. Karre ist scheiße. Alles ist scheiße, man. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Verpiss dich. Boah. Naja. Ähm. Okay, this is the turn. Hey. Hey, in one of these fucking houses. You left this car. Check it out. Little pricks up there. Look. Oh, shit. Coe's doing all right for himself. Hey, asshole. You ran off before we could settle our debts. Michael, fine. You got the wrong idea, man. He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tie the cable to one of those supports up there. Oh, ho, 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 ho. Pulled my marriage down. Oh, ho, 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 ho. How are you going to be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I copped the session, bud. There were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. Sometimes it's got to get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, ho, ho, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm going to stick up my hand and say, that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker. Dude. And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait. You got the wrong idea, pal? Oh, 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 oh. Ist das dein Ernst? Der zieht jetzt seine Veranda da runter. Haha, let's see, what happens. Dude, you are probably crazy. Oh, hell yeah, homie. He knows what time it is. Ähm, hallo. Man, I thought you wanted to show this punk. Assup. Oh. Oh, oh. Man, I think that shit's coming down, man. Man, fucking drop it. Oh, fuck. Alter. Alter. Fuck, man, fuck. Oh, we did it. Fuck his ass. Yeah, fuck him. But what, we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Maybe you'll keep it on the curtain out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Alter, hat der einfach mal seine halbe Haushälfte da weggerissen, ey. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kommen wir zu Frank, dem wechseln. Alter. Ja, du musst doch treffen. Ja. Das ist das Typ? Push the pedal, Mann, wir müssen uns bewegen. Was ist passiert? Wir haben ihn gewonnen. Ich habe einen. Ich glaube, wir verloren. All right, wir zurück nach Hause. Wow! Shit! Ihr seid gut. Ich meine, deine Ame ist all over den Ort, aber du warst du ein Geist. Ah, danke. Ich glaube. Hey, nicht die Fettung. Gehen zu einem Schrauben, arbeiten mit deinem Ame. Du wirst gut sein. Oh, fuck, Mann. Shit, du gut? Gut gut als Wien. Ich habe ein paar Knots. Du okay? Du okay? Du hast gut, Mann. Man, ich bin cool, Mann. Ich meine, du. Mentally. Mentally? Oh, Mann. Ja, ich bin fucking Exit. Mein Herz nicht so gut wie das in Jahren. Oh, ja, fucking A, Bubba. Mann, du bist irgendwie Manni. Du bist... Oh, shit. Du bist nur Green-Lived bei der Mexikan-Underworlden-Ambassade zu Los Santos. Fertig mir, wir haben das gemacht. Wer der fuck Martin Madrazo ist, ich habe es noch schlimmer. Wir haben nur ein paar Lauf... Ein paar Lauf-Lauf-Ranker-Kranken. Wir sitzen auf dem, wir sehen, was passiert. Kid, da ist kein Wunsch bei der Überlegung. Felt gut, Mann. Woo! Ja, ich mache etwas für ein Veränder. Ha! Hey, danke für die Hilfe da heute Abend, Kid. Ich hatte keine Idee, was ich so heiße. Shit, holen die Hände aus den Heeren? Es gibt eine gewisse Art von Feinden mit Leuten. Ja, ich dachte, ich bin durch mit all diese Scheine. Ich weiß nicht, was das ist passiert. Oh, shit, ich denke, wir sind zu erfahren. Ich weiß nicht, was ich bin? Du kennst dich, was ich bin? Du kennst dich? Nein. Du kennst dich? Du? Ich denke so. Gut. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, wo du bist. Wer bist du? Ich bin Frankl. Lassungsgericht. Jetzt, Frankl, vielleicht helfen Sie, Herr DeSanta hier. Wer bin ich? Ich denke, Martin Madrazo. Gut, Mann. Vielleicht gibt es ihm ein bisschen Hintergrund. Herr Madrazo... Herr Madrazo ist ein legitime businessman. Er war schrecklich verabschieden von einem Mexican-American-Gang und einem Narcotic-Ring. Aber die Anzeigen wurden verabschiedet, weil die Anzeigen kamen, verabschieden. Smart kid. Jetzt, Michael, ich habe eine Frage für dich. Er war schrecklich verabschieden, moderne, Wunderholme, nach der Helle, in Vinewood-Hills. Ich dachte, die Anzeigen war meine Frau. Das war eine strange Haus für einen Tennis-Koch. Ich dachte, es ist richtig. Klar. Ja. Na ja? Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what, man? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Aw, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. Might have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, Goa. Fuck. Shit. Bestanden. Eheberatung. Nicht ein Kratzer Missionszeit Drive-By-Killer. Bei solchen Typen wie Martin Matratze, ne? Ich hab immer bei solchen Typen das Verlangen einfach, sie sofort zu killen. Ich hab immer bei dieser die Nummer für Lester Crest. Wer fragt? 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 Komm, alter Freund. Ich lebe in Los Santos. Wie du. Marietta Heights. Woah, woah, warte. Hey, wie... Hallo? Du Scheiße. Lester. Da kommen wir doch mal bei Lester vorbei. Das ist ja auch mal wieder was Nettes. Das ist unser Auto hier, ne? Ich glaube ja. Fahren wir doch mal zu Lester. Wir sehen ja Michael. Im Blau. Polis. Anybody. Er fragt mich. Kein Problem, junge Frau. Jesus. Was? 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 Hn. Hey there, Fred. Okay. Ja, wir wollen grad zur blauen Mission und zwar zu Lester. Lol. Okay. Das war grad, ein bisschen strange. Am Telefonieren, weißt du? Okay, da können wir auch Douglas Friedland aussuchen. Wie viel Geld hat Michael eigentlich? 7.910, okay. Das ist jetzt nicht so viel. Also keiner hat auch wirklich Geld, aber Michael muss jetzt 1,5 bis 2 Millionen Dollar zahlen. Ich wollte schon auch sagen, Dollar zahlen. Um das scheiß Haus da oben zu reparieren. Naja, wir werden sehen, was sich so bei Last Day jetzt ergibt. Weil anscheinend, Stay ist der ja die Adresse, um Geld zu machen. Auf nicht ganz so legalem Wege, habe ich das Gefühl. Naja. Der wohnt ganz schön weit draußen irgendwie, ne? Marietta Heights ist auch nicht so das Viertel, was jetzt zentral wäre unbedingt. Aber es ist ja für Lester, glaube ich, auch so ein bisschen essentiell. Naja, warten wir hier mal. Jetzt haben wir nämlich einen Stern. Super. Können wir die Cops bitte loswerden? Hm, fahren die hier rein? Nö, fahren sie nicht gut. Dann fahren wir wieder ein Stückchen zurück. So, und hier können wir stehen bleiben. Können auch direkt zu... Könnten direkt zu Lester gehen. Der fährt jetzt hier rein, ne? Nö, okay, wir sind die Cops los. Das ist doch in Ordnung. So, so, damit kann ich leben, ja. So, und hier wohnt... Hier wohnt Lester irgendwo. Hier oben, glaube ich. What do you think you're doing? Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean... I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone that instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an I-Find alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted-access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back on social Darwinism, and, brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bankrobber, not a webdesigner. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Begib dich zum Suburban-Laden in Vinewood. Tja, das ist also Lester. Wir sollen uns jetzt wie so ein Möchtegern-cooler Hipster-Papa anziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Wo steht denn unsere Karre da unten? Ja. Ähm. Ja. Machen wir doch. Machen wir doch. Alles für Lester. Wir machen heute ein bisschen Überlänge, weil halt die letzte Folge mehr oder weniger gefehlt hat. Äh. Ja. Machen wir deswegen heute ein bisschen Überlänge. Geht ja auch mal. Ich weiß noch nicht, wie viel Überlänge es wird. Naja. Wir werden sehen. So. Auf den Autofahren kann ich eigentlich immer nicht so viel sprechen. Weil es gibt ja auch nicht so viel zu reden. Ich meine, ich fahre hier Auto. Ramme Autos an. Andere. Hupe mal. Schieß doch mal aus dem Fenster. Andere Autofahrer flippen aus. Tja. Und schon hat man Kilometer gut gemacht, ne? So kommentiert man. So müsst ihr euch das merken. So. Äh. Hier geht's hoch, ne? Weg da. Ich bin Arzt. Mit einer Knarre in der Hand. Ich muss hier durch. Tja. Und Lester scheint so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein zwielichtiger Zeitgenosse zu sein, will ich ihn mal nennen. Hey. Steht er mir da einfach im Weg rum. Oder sie. Suburban. Und U-Turn. Naja, nicht ganz. Hallo. Duh. 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 Excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old. Got outsourced. Same thing. Happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Alright. Mhm. Okay, das ist alles total hässlich, aber im Prinzip. Yep, that's as youthful as you're gonna get. So, wir bräuchten noch ein paar Hosen, ne? Ein paar Hosen. Oh Gott, das will. Wenn man nicht auf die Würde acht, könnte das so durchgehen. Good luck at the interview. Goodbye. Meine Fresse. Dass der immer online sein muss. Ich könnte mal die Xbox-Benachrichtigungen ausschalten, aber ach nö. Ach nö. So, hier steht mein Auto geparkt. Sehr schön. Begib dich zu den Büros. Von Life Invader. Und ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir da mal so einen kleinen Cliffhanger. Hä, 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 hä. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype... Somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay. Das kriegen wir ja gerade noch so... He, 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 he. Oh, Gottes Willen. Hm. Wie die hier auch fahren. Motorrad. Ach, das mache ich auch zu gern. So. Jetzt sind wir da. Und ich würde mal sagen, ich parke hier mal auf der Verkehrsinsel. So, hier ist schön geparkt. Und, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut auf Wiedersehen. Und, äh, ciao.